joo freunde was geht ab hier ist euer johnny hunt herzlich willkommen zu einem neuen video und das wird jetzt hier ein informationsvideo es geht um mein merch er ist endlich da ich habe es ja neulich schon mal angekündigt dass nicht mehr so lange dauern wird jetzt ist endlich da aber bevor wir jetzt über den merch reden möchte ich euch noch mal kurz ein paar worte zu meinem urlaub sagen also ich bin wieder da falls es euch nicht aufgefallen ist und mein urlaub war wirklich sehr sehr schön das war bisher der beste urlaub meines lebens und es war auch so dass ich gar nach hause wollte also der urlaub war tatsächlich zu kurz sonst war es immer so dass ich schon froh war wieder daheim zu sein aber diesmal war er einfach echt zu kurz also ich wollte euch nur wissen lassen urlaub war mega geil ich kann euch auch nur also ich war in corfu in griechenland auf einer insel auf einer griechischen insel ich kann euch das wirklich nur empfehlen falls ihr nicht wisst wo ihr hinfliegen sollt geht nach corfu wirklich sehr sehr schöne insel sehr abwechslungsreich strände sind sehr verschieden unterschiedlich also man kann da wirklich sehr viel sehen aber auch entspannen corfu griechenland kann ich euch nur empfehlen ok freunde jetzt geht es um den merch er ist jetzt offiziell verfügbar links unten in der beschreibung also ich werde euch gleich mal erklären was es so alles gibt ich bin wirklich sehr froh darüber dass es endlich merch gibt und ich muss mich an dieser stelle auch auf jeden fall beim nico bedanken bei unique die haben mir das alles sozusagen ermöglicht und mir die ganze arbeit abgenommen an dieser stelle gehen liebe grüße raus vielen dank auf jeden fall ja und ein teil habe ich hier auf jeden fall schon mal an ist so ein pullover den finde ich persönlich richtig richtig geil auch so vom schnitt her gefällt mir wirklich sehr gut hier ist das logo ganz klein drauf falls ihr euch fragt was das für ein logo ist das ist auf jeden fall von meinem tattoo inspiriert ich muss hier gerade mal den pullover hochziehen um euch das zu zeigen falls ihr das noch nicht kennt also das hier ist mein tattoo das hat für mich auch sogar eine persönliche bedeutung aber das werde ich euch vielleicht mal ein anderes mal erzählen und das ist auf jeden fall von dem tattoo inspiriert also hat das auch für mich dieses logo eine persönliche bedeutung ist ein fuchs oder man könnte auch sagen es ist ein wolf die einen sagen ist ein wolf die einen sagen dass ein fuchs hat auf jeden fall eine persönliche bedeutung für mich in der farbe gold finde ich richtig nice das logo und den pullover gibt es in zwei variationen und die t-shirts auch einmal mit so einem kleinen logo gefällt mir wirklich sehr gut oder dann eben mit so einem großen logo die pullover gibt es nun schwarz die t-shirts gibt es auch in weiß und mit dem großen logo sieht das dann hier halt so aus ist mittendrauf da könnt ihr euch aussuchen wie es euch am besten gefällt mir gefallen beide sachen wirklich sehr gut das kleine und das große große logo ich kann euch auch gleich sagen was das kostet und zwar mir war es wichtig dass es nicht so teuer wird zwar kosten die pullover 31 euro 99 finde ich auf jeden fall in ordnung und die t-shirts kosten 21 euro 99 ja das wollte ich euch mitteilen merch ist endlich da ich bin so froh dass geklappt hat es hat echt mega lange gedauert also mega lange gedauert bis ich mich mit dem thema beschäftigt hatte ja das wollte ich nun mal so am rande erwähnen ansonsten habt ihr ja schon bemerkt es kommen wieder waffen videos es wird wieder software videos geben keine sorge freunde und ansonsten würde ich mal sagen ich wünsche euch doch einen schönen abend morgen früh kommt ein neues video link zum merch ist unten in der beschreibung haut rein